Irre, Irre, Irrenhaus aus der Welt, da sind wir raus. Das Kabarett Wirsing aus Gera präsentiert sein neues Programm. Der Titel fragt, hat Wahnsinn und stellt zugleich fest, Irre sind menschlich. Ihr Zielpublikum beschreiben die fünf Kabarettisten passenderweise ironisch. Das Programm ist für alle, die nicht mehr ganz bei Trost sind, aber dennoch welchen gebrauchen können. Die Premiere morgen Abend im Haus Schulenburg in Gera. Anscheinend sitzen alle schon im Irrenhaus und haben es nur noch nicht bemerkt.